Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute kam endlich mal meine Power Armor Edition an. Zwar für die PS4, aber habe ich ja schon in dem Let's Play erklärt. Das Spiel ist eigentlich schon verkauft, das schicke ich auch heute direkt weg. Aber die Box und der Helm und der Inhalt, der ist mir. Und darum ging es mir eigentlich, weil ich wollte so einen verdammten Helm haben. Ja, ich fange einfach mal alles raus zu packen. Und die Box ist echt monströs. Ich versuche es mal irgendwie zu zeigen. Also das ist meine Hand. Und das ist die Box. Ich könnte auch mal die von Fallout 4 daneben halten. Also im Vergleich jetzt die Fallout 4 Collector Sedition. Das ist schon ein kleiner großer Unterschied. Ich werde die mal daneben. Ja, die ist äh, 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 äußerst mickrig. So, dann packe ich weiter aus. Äh, und was mir aufgefallen ist, die Schrift ist irgendwie verkehrt rum. Oder die Box lässt sich halt verkehrt rum öffnen. Ich hoffe einfach mal, dass der Scheißhelm passt. Ja, wer will, kann es nicht durchlesen. Jetzt brauche ich nachher. Okay, das hier finde ich verdammt cool. Das ist, das ist ja richtig cool. Wieso sie zwar nicht die, äh, die Vestion, die Modell 4s Teile abgegeben haben, weiß ich nicht, aber okay. Ich glaube, dass der Scheißhelm ist. Ohhhh. Ein Stealcase. Mhm. Die Karte, die soviel ich weiß im Doppel leuchtet. Das wird gleich getestet. Ah, überall schon Stereofort. Oh, da ist der Helm. Was zum Henker ist das ein riesen Helm? Was? Alter. Junge. Äh. Okay, ich glaube der Helm könnte passen. Passt denn hier? Passt denn? Wo ist denn hier vorne? Wo ist denn? Was? Ach so. Okay. Der ist ziemlich universell. Wart verpackt. Also die Sicht ist ziemlich eingeschränkt auf ungefähr diesen Bereich hier so. Jetzt sehe ich meine Hände schon nicht mehr. Also ungefähr so einen Bereich habt ihr. Also die Batterien sind jetzt im Helm. Ich hoffe man hört mich. Und man kann hier die Lampe einmachen. Das ist ziemlich cool. Da gibt es eine Taste. Ja, die hier. Die keine Ahnung was machen soll. Und auch eine viel coolere Taste. Das ist die hier. Und dann hört man sich ziemlich dunkel an. Und dann ist es halt cool. Mir gefällt der Helm. Ja. Ja. Das andere Ding da war eine Tasche. Und es stinkt hier drin. Wie äh. Ja. Ja. China. Äh. Ja. Das ist hier. Die Tasche um den Helm da zu transportieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert wie ihr das findet und abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal.